Hallöchen zum Pöchen und herzlich Willkommen zurück zu Ben & Ed Blood Party und was wäre eine Party ohne ein paar geile Zombies an meiner Seite mit der Dildonase der Extreme Zond und mit dem wirklich formschicken Pantoffeln wie ich noch mal erwähnen möchte wie die nochmal hervorheben will diese wunderschönen Pantoffeln Kill-Name. Ja man sieht auch bei Kill-Name sieht man auch genau seine Nanobrille und da ein Zombie ist das erklärt seinen Namen. Kill-Name. Kriss ich. Irgendwie sind wir dem auch zur Spur gekommen. Wir haben uns schon immer gefragt, Mensch warum eigentlich Kill-Name. Aber es ist egal, es ist übrigens das erste Spiel was wir spielen wo wirklich auch Versus mit drin ist. Oh ja. Als LB-Team möchte ich nochmal erwähnt haben und wir sind jetzt bei Clown Spike Balls und wo ich es jetzt erwähnt habe, kann ich jetzt sagen, dass wir eine Koop-Mission haben. Oh ja und da starten wir jetzt mal rein. Ich teile gerne meine Leber zu Rosen bei euch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal da sind hier Haarbälle. Alter, wenn du das nochmal machst. Hast du es zweimal gemacht? Nein! Oh, was war das denn? Oh, was war das denn? Oh, oh. Oh, Scheiße. Verdammt, ich wäre so gut durchgekommen, Alter. Nein! Ich war jetzt... Die hat nicht genug Platz für uns beide. Oh, 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 oh. Ey, wir müssen das noch Zeit machen, hört auf. Oh, 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 oh. Das ist eine Koop-Mission. Was? Ja, halt den Ball auf. Hä? Was ist das denn jetzt? Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, da kommt hier ein Bällchen. Ich glaube, da kommt kein Bällchen. Nur in den mittleren Beinen. Ich bin nicht gesprungen. Nein! Ich bin nicht gesprungen, weil ihr kein Koop könnt. Nein! Das gibt er nicht. Sorry, ich sponnte das Wuster. Oh! Ups. Ich wollte den Kili runterholen. Das war ja doch am Anfang, das ist nicht so fies. Ja, ja, klar, Nil. Oh. Alter, können wir uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren? Bevor der Extreme als erstes hochkommt, das wäre echt peinlich. Nein! 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 Steh auf! Seil, Mann! Alter! Könnt ihr mal aufhören, bitte? Oh, Alter. Das gibt's doch nicht. Fick point! Alter, ich komm da nie hin. Ich werd da nie hin. Oh, der läuft immer weiter noch. Ey, das gibt's nicht. Was denn? Ah, ich muss doch auf die Noobs jetzt warten hier. Ey, genoob dich mal alleine, ja? Komm, ich halt die Bälle auf. Nein! Nein! Nein, das ist nicht, ja? Ja, mach das mal! Ok, das hilft nicht so. Alter! Ich wurde voll das abgechnoldet! Ball! Oh, ich hab legitim grad an etwas gHe microficschuhe. Oh ich leb sogar aus! Voll, ich könnt jetzt den Start-Checkpoint nehmen, nehmen wir aber nicht. Warum die nicht. Nein! 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 Warum denn hier? Warum denn hier? Das gibt's doch nicht! Kann ich jetzt aufhalten? Ach, geschafft! Alter, gibt's hier nicht, gibt's hier nicht irgendwie so einen Creative Mode oder so? Ich schaffe das nicht. Ach komm, sie kommen zu. Versuch die Bälle aufhalten, aber... Sie lassen sich nicht aufhalten, diese Bälle des Todes. Vielleicht müssen wir sie sich schlagen. Ah, wenn du dich duckst, dann... Wenn du dich duckst, dann äh... Bleiben die hängen, jetzt hängen die alle. Los, Gotti! Jetzt hast du deine Chance. Hier, nein! Gotti, du schaffst das! Ich werd einfach nur zermatscht. Bist du durch? Gleich, wie er es aussieht, wenn wir an dir vorbeibringt, ey. Na schön, schönes Gefühl. Komm! Bei welchem bist du jetzt? Okay, ich... Ich halte... Ja, eine hab ich aufgehalten! Oh! Nein! Das gibt's doch nicht! Alter, guck mal, ich bin einen Meter neben der Kugel, alter. Und die zieh ich mit. Ja, ganz ehrlich, scheiß Spiel. Ich halte zwei Kugel auf, Sponty. Los, 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 los! Nein! Eine hängt! Jetzt hängen die alle! Oh, jetzt nicht mehr! So, da... kommt sie! Eine weg! Eine ist weg! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Ich spüre es! Soll ich dich jetzt kram nehmen? Hä? Nee! Alter! Ja! Sponty, ja! Nichts, Gott, hat's geschafft! Ja! Wir können weiter! Was bin ich los, du Mistviech? Danke, Freunde! Kein Problem, ey! Ey, das ist Coop, alter! Ah, stimmt! Wir haben nur noch vier Minuten! Ja, komm, wir schaffen das schon! Guck mal, Exim, ich warte hier auf dich! Guck mal, Exim! Guck mal! Ich bin echter Freund! Ich bin echter Freund! Oh nein! Bitte nicht! Wir haben nur noch vier Minuten! Also, ich bin ja schon oben! Warte, ich komme! Exim, ich komme! Warte, wo bist du? Wir brauchen die vier Minuten, Sponty! Komm, jetzt lass's den machen! Ähm! Bleib drauf stehen! Nicht runter! Nicht runter! Bleib stehen! Es war echt verlocken, ne? Muss ich gestehen! Ich richte die Plattform schon aus! Ah, tat das weh! Ah, tat das weh! Ah, tat das weh! Ah, tat das weh! Nein! Ich hab dir auch schon ausgerichtet! Aua, tat das weh! Ah, ich komme nicht mehr weg! Hä? Ähm! Ich werde geprügelt! Warte, Sponty! Komm, komm mal hier drauf! Ähm! Ich wurde durch die Wand geprügelt! Ähm! Ähm! Ah, ich bin da! Ähm! Hallo? Sponty, geh mal runter, bitte! Wow! Ich komm mit dir, Extreme! Toll! Wow, Kiddy! Jetzt nach oben! Ja! Nein! Kiddy, hier sind Siegen! Kiddy, hier sind Siegen! Ihr müsst sagen, wo? Grün! Warte, rechts, 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 rechts! Gebe, 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 gebe! Blau, 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 blau! Ich bin drauf! Ich bin drauf! Was für die Farbe hatte ich die ganze Zeit? Ne! Ich habe gesagt, blau! Und die Lawe war die ganze Zeit blau! Ich glaube, ich sage die Farben, Ander! Alles klar! Ähm! 2,30! Ja! Was machst du hier? Oh, warte mal. Wir müssen irgendwas... Ah, guck mal da. Wir machen die Türen auf. Ja. Achso, von der anderen Seite... Lauft! Kiddy, lauf um deinen Weg. Oh Gott. Danke, Kiddy. Kiddy, das ist Koop. Kiddy ist voll doof. Ich mag Kiddy nicht mehr. Wenn du nicht laufen kannst, kannst du bei dir? Ich bin da. Jo. Warte, warte. Warte, lass mal vorgehen. Nein! Lass mal vorgehen. Dann ist die Schrift nicht im Weg. Achso, nein. Muss ich ja gar nicht längst. Dann komm näher. Da, da, da. Ich lass mir ein bisschen Zeit, um die Map zu genießen, weil ich ein echter Genießer bin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich wusste nicht, dass die Dinger auf die Plattform kommen. Ach, Smarty, komm. 40 Sekunden hast du noch. Du schaffst das. Aber keine Sorge, wenn wir sterben, sterben wir zusammen. Ist das nicht nur meine Schuld. Ist das nicht nur meine Schuld? Dein Ernst, hör auf. Ach, stimmt. Hier ist ja gar kein Checkpoint. Go, 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 go. Jaaa. Jawoll. Ich wollte dich grad da runterschmeißen. Das wär richtig assig gewesen. Wir haben mit Köpfchen gewonnen. Ja, das sieht man, ne? Guck mal, wie oft der extrem gestorben ist. Ja. Ja, wow. Warum denn? Ich hab die Bälle aufgehalten. Ja, hör doch auf. Ah, stimmt. Hör doch auf. Ja, na klar. So, Game Mode... Oh, schon wieder Koop? Nee, das ist jetzt... Ist dasselbe. Warte. Das... Versus. Ist... Ist zu simpel. Können wir eine andere nennen? Taucher Tower. Dann wollen wir doch mal. Mögen die Spiele beginnen. Reach the goal. 20 Leben Obdaten. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja. Easy. Ah, hier kann man nicht aufstürzen. Was? Warum denn nicht? Hä? Haben wir erstmal den Weg finden? Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, oh. Mein Arm ist weg. Oh, ich komm hier nicht mal hoch. Mein armer Arm. Meine Beine sind weg. Alter, wie fies. Fucking fies ist das denn hier bitte? Oh. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Alter, habt ihr schon... Alter, habt ihr echt schon ein Checkpoint? Nein. Nein! Ja, das war eine tolle Idee von mir. Sollte ich öfters machen. Oh, man schafft das gar nicht so. Ich glaube, man muss den ganzen Löwe haben. Nein! 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 Oh! Fuck, das ist meine Scheiße. Alter, scheiße, mal hier wäre eine Spritze. Alter, wieso kommt man denn nicht rüber? Oh, Alter. Oh, ich leg noch gut. Oh, ich kann noch mal neu versuchen. So, Freunde, Alter. Kommt schon. Konzentration. Nein! Ja, wir haben... Oh! Man! Alter, wie schwer das zu sehen ist. Wer hat ein Checkpoint? Papa hat ein Checkpoint. Warte, ich schnauze. Wohin jetzt? Da! Das ist doch nicht wahr! Alter, wie schwer das zu sehen ist. Das ist wirklich eine Kack-Map. Was? Danke, Messer. Das ist doch nicht wahr. Hast du das böse Wort mit Map gesagt? Das Messer hat mir gerade meine Beine weggeschnitten. Das ist doch nicht wahr! Deswegen bin ich hochgekommen. Da drohend! Da drohend. Da drohend auf die Messer. Nein! Ah, hier. Leggo Mew, Alter! Alter! Nein! Jetzt bin ich so zu doof, zu springen! Weißt du was? Du brauchst hier so viele Leben. Weil du einfach Quit-Rage ist. Ja! Ei! Steh auf, steh auf, steh auf! Nein! Ach komm schon. Nein! Boah, das ist doch nicht wahr. Boah! Der Hammer? Ja! Ich hab den Checkpoint auch entgegen erreicht. Und ich spring schon wieder daneben. Ich spring schon wieder daneben. Nein, das ist nicht wahr. Ach komm. Der Hammer war schon durch, ey. Nein! Da bin ich grad einmal oben und dann... Ey lol. Ich war am... Nein! Oh! Scheiße. Das ist echt so fies, ey. Was? Hihihihi! War das geil aus, ey. Nein, Alter! Und kommt auf einmal der Hammer her, ey. Der Hammer. Ich drücke dich mit meiner Halben. So. Ihr seht immer Zugrücken, die durchkommen. Ey, das ist der Hammer, ne. Aua. Aua. ja es erklärt aber ganz ehrlich warum so viel leben hat erklärt ist jetzt drastisch war das knapp weiter der enter wo muss man hin ja das war toll ich bin hell ich drehe durch nein nein das gibt es doch nicht das ist doch nicht wahr ehrlich ja ich bin im ziel das ist nicht wahr das ehrlich ich muss einfach mal abwarten ich gebe dir gleich abwarten bin ich aggressiv spielst du kacke das gibt es doch nicht der extreme schafft es sogar vor mir wie traurig ist das denn also warum kommen keine stühle wenn der extreme das vor mir schafft müsste ich eigentlich meine let's player karriere an den nagel hängen ja ok da muss ich erst recht jetzt hören warte 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 nein ok das war es mit meinem kanal ciao leute ja schön dass ihr da wart wo muss ich jetzt hin ich bin nur den stuhl ausgewichen ich bin nur den stuhl ausgewichen ich will es einfach mit dem kopf schaffen juhu alles eine kopfsache ganz ehrlich ganz ehrlich echte skills sind dann sind nur dann wenn du es ohne körper schaffst ja alles andere ist so oh das wollte wir im letzten leben hier ja wieso habt ihr noch fünf habt ihr noch fünf ach stimmt man hatte 20 ne ja jaa ach soo und ich bin ja und ich bin ja nur gestorben um mal verschiedene touristarten zu zeigen mhm oh nein versus ich lass das jetzt mal standardmäßig geil aber vier leben vier leben ist ein bisschen wenig ne aber sonst sieht sich das immer eine länge na komm 10 müssen schon sein oder nee ja wir sind schon mitten im spiel ach komm jetzt will man aber schon hochschrecken das ist nicht wahr das ist wahr nein wo ist ein kitty wo seid ihr denn ihr doofen also ich bin schon ich bin schon tot oh das ist ne mine oh das ist noch ne mine wo seid ihr denn ihr doofen es hat mir den bein abgeschnitten ich passte es doch nicht ich bring mich selber um ey ich kann ich weiß der extrem chillt einfach nur was ich bin überhaupt nicht ganz schön oh oh geht doch nein ne mine oh das gibt's doch nicht ich bin schon zweimal gestorben alter ich auch ich auch das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr oh Hilfe oh das ist ein hammer ich will ja nicht längs Achtung hammer das ist der hammer das ist der hammer ja wieder hammer die ich anzieht oder auch auszieht guck mal hier ist ein spawn point wie geil ist das denn oh mine ähm kann man einer diese mine wegnehmen das ist doch nicht wahr es ist doch nicht wahr nein ja komm doch her komm doch her trau dich doch hä trau dich doch hä trau dich doch alter ich bin gleich weg vom fenster lol ähm was war das denn hier gibt's mitze wow oh was ok ciao nein mein fuß war weg ich hab's nicht gesehen warte wo wird denn der fuß abgeschnitten ich bin tot Entschuldigung wo bist du alter ich war auf ihm jetzt Sachen zu schmeißen nein ich bin's gar nicht ich bin's gar nicht ich bin's gar nicht ihr nehmt die blaue Waffen mit extreme nein ich bin auch raus nein 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 auch raus ja wie war das dich jetzt hier kommt ne ja aber komm so eblich wie bei dir fährt keiner das ist richtig das ist richtig der extreme wollte dir nachmachen komm komm hier komm aha ach das wird wiederholt ach ach ja ja echt ey weil ihr einfach zu schlecht war das muss man nochmal zeigen ne ne ich beschwere mich bei der Regierung aber echt das ist so unfair dass ich am Rand starte ne nein das ist nicht nein wieso nimmst das nicht auf alter ich spritz nur ein bisschen in der Gegend rum Das gibt's doch nicht. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich bin so doof. Ganz ehrlich, ein Stück Brot könnte weiter denken als ich. Oh Gott. Keine Weine mehr. Ein Stück Brot. Nein, mein Löffel. Wer möchte diesen Löffel haben? Uh, top. Ich bin weg. Das gibt's ja nicht. Nein. Ich bin in die Freitag. Komm schon. Ich treff dich noch, Kitty. Kitty, spring. Kitty, spring doch mal. Weit kommt der Stuhl, Kitty. Kitty, ich töte dich. Ich werde das Spiel gewinnen. Die einfach rumliegt. Alter, voll den Stuhl am Kopf. Wie sich's gehört. Wo ist eigentlich der Extreme? Will der Extreme nicht mehr gegenkämpfen? Nein. Das war scheiße. Bist du raus? Ja. Oh, ich hab euch beide verwechselt. Ist ja komisch. Ja, ja. Easy. Ach komm, ey. Easy. Ich hab doch drei Leben, also. Ja, komm. Ach komm, Kitty schießt es ja auch. Ah. Das war schön. Ganz ehrlich, man kann Kitty auch mal ruhig ein Sieg gönnen. Ich mein, der gewinnt ja sonst nichts. Ja, genau. Und sowas zum Ende der Folge. Ja, wenn's euch gefallen hat, dann seid doch beim nächsten Mal wieder bei. Da könnt ihr mal sehen, wie der Kitty auch mal ausnahmsweise gewinnt. Vielleicht der Extreme auch mal gewinnt, wir wissen es noch nicht. Das steht noch nicht in der Reality. Wir können's noch nicht sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann es soweit sein wird. Ich drücke die Daumen, wenn ihr sehen wollt, wie die anderen beiden Chaoten irgendwas gemacht haben, und von denen ihr keine Ahnung habt, was, weil ich hab mich selber nicht verstanden, was ich gemacht habe. Dann schaut gerne bei denen vorbei. Unten der Link in meiner Beschreibung zu den Kanälen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei. Wir enden at. Laat Party. Tschüss.